Ungewöhnlicher Anblick in Istanbul. Eine riesige Wasserhose hat sich vor der Küste der größten Stadt der Türkei gebildet. Stürme und heftige Starkregenfälle sorgten unterdessen für Sturzfluten in Istanbul. Das Video eines Anwohners zeigt die Größe des Wasserwirbels, der über der Marmara See südlich der Millionenmetropole entstanden ist. Dass es die Amateuraufnahmen überhaupt gibt, ist ein kleines Wunder, denn solche Wetterphänomene kommen in dieser Gegend eher selten vor. Die Amateuraufnahme ist ein kleines Wunder. Die Amateuraufnahme ist ein kleines Wunder. Die Amateuraufnahme ist ein kleines Wunder. Die Amateuraufnahme ist ein kleines Wunder.